Hallo? Ja? Ich hab ne Frage an Rohat Kann uns beide vermissen, ja? Würdest du lieber von Kato den Dieb beratet bekommen? So mit seinem Juicy Ass? Oder von Xphibi? Bitte Mann! Bitte Mann! Rohat, würdest du eher deine Cousine heiraten oder deine Schwester? Hä? Warte, 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 warum geht die Frage nur an mich? Warte mal, warte mal, was läuft hier gerade? Warum geht die Frage nur an mich? Meine Verschwörung ist, dass Rohat in Phoebe reingedickt hat Hey Mann! Hey Mann! Ja? 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 Vielen Dank.